In Stuttgart unter Türkheim, einem lebendigen Stadtteil im Herzen Stuttgarts, gibt es eine Fülle von Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten, die auf engstem Raum eine vielseitige Entdeckungsreise ermöglichen. Die Gegend ist nicht nur geprägt von industrieller Geschichte, sondern bietet auch eine reiche kulturelle Vielfalt. Eines der markanten Wahrzeichen ist das Fußballstadion, in dem die Begeisterung für den Sport spürbar ist. Der Cannstatter Vasen, als traditionsreicher Festplatz, verleiht der Umgebung eine festliche Atmosphäre, besonders während des Volksfestes. Der majestätische Neckar fließt durch die Region und bietet nicht nur malerische Ausblicke, sondern auch Möglichkeiten für entspannte Spaziergänge entlang des Ufers. Die Porsche Arena und die Hans-Martin Schleyer Halle sind bekannte Veranstaltungsorte, die für Konzerte, Sportereignisse und andere kulturelle Höhepunkte genutzt werden. Das Mercedes-Benz Museum, ein architektonisches Juwel, erzählt die faszinierende Geschichte der Automobilindustrie. Ganz in der Nähe befindet sich auch das Stammwerk von Mercedes-Benz, wo Innovation und Tradition aufeinandertreffen. Die Hochgeschwindigkeitsteststrecke von Mercedes bietet einen Einblick in die Technologie und Forschung des Unternehmens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Verkehrsinfrastruktur ist ebenfalls beeindruckend, da sich hier gleich drei Bundesstraßen, nämlich die B10, B14 und B29, treffen. Dies macht die Gegend nicht nur zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt, sondern unterstreicht auch die Bedeutung von Stuttgart unter Türkheim als zentraler Ort, an dem Geschichte, Kultur und Technologie harmonisch miteinander verschmelzen. Das alles und noch vieles mehr kann man in diesem Video entdecken. s ZDF für funk, 2020 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2020 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2016 Schwerter mm Diksihil, 3-Jahr Dschall Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020